Drachenfestival in Paren im Glien. Klassische Drachen, Lenkdrachen, aber auch ganz eigentümlich gestaltete Drachen schweben am Himmel über dem Erlebnispark. 50 Mannschaften aus ganz Deutschland zeigen hier an diesem Wochenende ihr Können. Heute hatten die Drachenpiloten wegen des fehlenden Windes etwas Mühe, aber für morgen sind sie gute Hoffnung. Wenn das Wetter mitspielt, werden die Zuschauer dann den größten Drachen Europas mit 72 Metern Länge und 42 Meter Spannweite fliegen sehen können.